Ein Museum lädt zum Date. Es ist eine Verabredung mit seltenen Stücken. Insgesamt befinden sich rund 120.000 Objekte in der Sammlung des Nordico-Stadtmuseums Linz. Vom Gemälde bis zur Skulptur. Was in die Ausstellung kommt, darum kümmert sich Kunsthistorikerin Andrea Biener. Das Ankaufsbudget, kann ich ja gleich sagen, ist nicht so riesig des Nordico-Stadtmuseums. Deswegen bin ich sehr erfinderisch. Ich schaue eigentlich mich ständig überall um. Ich schrecke ja auch nicht dem Flohmarkt gegenüber oder will haben oder so zurück. Aber eben ich schaue immer im Hinblick entweder ergänzend für die Sammlung oder schon auf eine andere Ausstellung, die man Vorbereitung hat. Eine Ausstellung planen, damit kennt auch er sich aus. Der Linzer Erich Bröll. Der Filmemacher hat vor über drei Jahrzehnten im Stadtmuseum gearbeitet. Ein Jahr nachdem das Nordico eröffnet worden ist, war ich dann schon da und das 32 Jahre lang. Also ich war der Ausstellungsleiter für Naturvölkerung und die Abteilung und Welt unter Wasser mit Hans Haas, mit Heinrich Haarer, die großen Geschichten, die wir gemacht haben. Genauso bei heimischen Sachen über die Donau. Also diese Räume hier, das ist mein Zuhause. Die Ausstellung ist mittlerweile digitaler geworden. Das Handy gehört zu einem Museumsbesuch dazu. Das ist eben das Besondere an Linz als UNESCO City of Media Arts, dass man sich auch hier im Nordico Stadtmuseum ganz modern und zukunftsorientiert zeigt. Ich finde da, wo der Einsatz digitaler Medien total Sinn macht, ist es unerlässlich, weil es sich ja auch noch weiter über die Grenzen des Museums hinaustragen lässt. Und die Tools des Erlebens sind heutzutage auch andere, also insofern ein wichtiger Ansatz. Vor 50 Jahren war das Nordico freilich noch analog statt digital. Damals war es kein Museum. Es war schlicht und einfach ein Miet- und Geschäftshaus. Das heißt, es gab hier diverse Künstler, die hier gearbeitet haben. Das Haus selbst ist ein historisches Juwel der Stadt Linz. Nicht nur, wenn man die Decken betrachtet. Das ist einfach zeitlos. Und so gesehen ist dieses 50-jährige Jubiläum schon ein Grund zum Feiern. Feiern, genau das machen die Gäste im Anschluss mit der Linzer Kultband Advent. Direkt vor dem Stadtmuseum.